Ja, hallo zusammen! Herzlich willkommen zu einem recht spontanen Unboxing-Video auf dem Kanal. Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Warum spontan? Natürlich sind noch einige Unboxings geplant. Eventuell haben wir aber heute den Livestream etwas überzogen. Und super viele von euch wollten noch ein paar Collector-Booster im Unboxing sehen. Und ich habe hier noch drei Booster für uns. Die machen wir heute einfach ganz spontan zusammen auf. Bin super gespannt, was wir nämlich finden. Wir können auch sofort damit loslegen. An der Stelle nur noch ein ganz kurzes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Games Island. Falls ihr auch mal auf der Suche sein solltet nach Magic Neuware oder Zubehör, dann könntet ihr euch hier auf jeden Fall mal umschauen. Vielleicht findet ihr ja auch was. Und zusätzlich habe ich euch heute natürlich noch mal was mitgebracht. Aktuell laufen zwar schon einige Giveaways. Also auf jeden Fall großer Shoutout an Games Island für die ganzen Sachen, die ich hier an die Community raushauen kann. Heute habe ich noch mal 5 mal 10 Euro in Gutscheincodes für den Shop. Für alle, die sowieso mal wieder shoppen möchten oder den Shop an sich überhaupt mal ausprobieren möchten. Jetzt auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt. Alle Infos wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, wir legen jetzt auf jeden Fall mal hier mit unseren drei Collector-Boostern los. Wollen wir mal schauen. Viel Spaß! So, willkommen zurück. Wir legen sofort beim ersten Booster los. Los geht's mit den Vollkarten. Ich bin super gespannt, was wir heute finden. Mal schauen, ob wir noch mal so richtig Glück haben. Direkt mal hier die Cummins als erstes. Da sind jetzt immer in der Regel nicht so die super krassen Karten dabei. 5 reguläre Folls, das ist in Ordnung. Dann die Märchenrahmen. Wollen wir mal schauen. Vielleicht haben wir noch mal eine Rare dabei. Als erstes hier Tree Folk. Die grüne Cabin. Joa, auch nicht die stärksten Sachen. Bock Naughty hier. Weiter geht's. Ein Witches Oven in Foil. Sehr nice. Die Karte spiel ich ja persönlich sehr gerne. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr cool. Okay, das nächste. Alternatives Artwork. Der Kava. Jetzt auch nicht die super krasse Karte. Aber wir wissen ja unter anderem auch vom ersten Video nach hinten. Zum Ende hin, da sind die wirklich guten Karten versteckten. Secret Keeper. Alles klar. Noch mal eine Guide Mother. Die haben wir ja auch schon gesehen. Auf jeden Fall eine Foil. Aber okay. Das ist nicht super überraschend. Hier die Foils. Haben wir hier den Mace aus den Commander. Beziehungsweise aus den Brawl Decks. Ja, jetzt coole Karte. Nehme ich auf jeden Fall. Aber jetzt wird's richtig interessant. Okay, was haben wir hier? Linden. Sehr schön. Und dahinter. Oh Leute. Oh Leute. Was haben wir hier? Den Foil Stormfist Crusader. Sehr nice. Das ist auf jeden Fall eine coole Karte. Die sehe ich aktuell viel im Standard. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Enabled Spectacle. Viele coole Strategien sind hier auf jeden Fall möglich. Auf jeden Fall eine gut spielbare Karte. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Heute können wir uns ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen die Artworks gönnen. Zum Abschluss immer der doppelseitige Token. Ja, Stormfist Crusader. Die Linden. Das ist auf jeden Fall ein netter Start. Aber wir haben ja noch zwei Booster. Ich lasse sie mal hier so halb im Bild liegen. Ich glaube heute brauchen wir ja nicht die große Übersicht. Ich denke mal bei drei Boostern können wir uns das gerade so noch merken. Wollen wir mal schauen. Booster Nummer zwei. Oh ja. Geht gar nicht mal so verkehrt los. Nicht nur eine normale Foil, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ein Reaper. Was haben wir noch? Toll esse Beanstalk. Die Shining Armor. Jetzt nichts übermäßig krasses. Nochmal die sieben Zwerge. Da werden wir auf jeden Fall dem nächsten Mirror March Fund deck draus bauen. Haben wir heute noch im Livestream drüber geredet. Das wird bestimmt lustig. Aber jetzt hier nicht übermäßig krass. Hier der Mantel. Was finden wir noch? Ah, Glasscastret. Habe ich jetzt schon öfters erwähnt, dass ich das Artwork super super cool finde. Hier ein Foil. Wirklich eine schöne Karte. Nehmen wir auf jeden Fall nochmal hier nochmal der Knight. Knight. Sehr cool. Burning Yard Trainer. Das ist jetzt alles hier nichts übermäßig krasses. Nochmal das Tree Folk. Der Rimrock Knight. Okay, hier wieder keine Rares mit dabei. Nicht übermäßig stark, muss ich sagen. Wollen wir mal schauen. Alela. Brawl Commander Nummer eins. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Karte. Da freue ich mich auf jeden Fall. Die werde ich mit Sicherheit auch mal in einem normalen Commander Deck nämlich benutzen. Sehr, sehr, sehr cool. Aber wollen wir mal schauen. Die richtig krassen Karten eventuell. Ein Happily Ever After. Da hatten wir jetzt auch schon einen Foil. Die Karte sucht jetzt nicht mehr wirklich so oft. Sieht aber auf jeden Fall sehr schön aus. Aber hier, die letzte richtig interessante Karte. Okay, es ist ein Foil Oath One Knight. Der ist in Ordnung. Nicht super, super krass. Sehen wir aktuell noch nicht so oft in den Ritter Decks. Hier haben wir nochmal Food und Boar Token. Joa. Das geht auf jeden Fall nochmal ein bisschen stärker. Wollen wir mal schauen, ob das letzte Booster heute uns noch eine Überraschung bereithält. Als erstes Lost Legion in Foil. Kein alternatives Artwork. Okay, jetzt wird es spannend. Leute, wollen wir mal schauen. Das letzte Booster kann das hier nochmal die ersten beiden toppen. Thought Master. Der sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Eine Barrage. Joa, das ist jetzt hier nicht so übermäßig krass, würde ich mal sagen. Nochmal der Foul Mayer Knight. Haben wir eben schon gesehen. Okay, hier wieder keine Rares, so wie es aussieht. Tatsächlich nicht. Mal schauen, ob wir hier... Oh, ich sehe schon was glitzern. Leute, ich hoffe, ihr habt nicht gespoilert. Die Fouls ganz schlecht hier in dem Spot. Mal schauen, ob wir es hinten raus wiederholen. Gatwick und ein Wicked Wolf. Oh, sehr schön. Die Karte spiele ich wirklich sehr gerne. Hier Full Art Foil. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Passt natürlich nur richtig gut in die Food-Strategie-Decks rein. Aber da wirklich eine sehr gute Karte aktuell. Mal schauen, wie sich die Karte demnächst noch spielen wird. Nehme ich hier auf jeden Fall sehr gerne. Der Gatwick noch dazu. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Abschluss. Das hast du mal so ein bisschen rausgeholt. Aber auch insgesamt hier mit dem Stormfist Crusader, muss ich sagen, auf jeden Fall noch mal ein paar coole Booster. Mir gefallen die Artworks halt einfach richtig, richtig gut. Ich brauche einfach auch ein paar Einzelkarten. Deswegen macht es mir hier wirklich diesmal besonders Spaß, die Booster mit euch aufzumachen. Ich hoffe jetzt auch hier, die drei Booster, das kleine Video. Hat euch Spaß gemacht? Denkt an das Giveaway in der Videobeschreibung. Und an der Stelle, Leute, kann ich euch wirklich nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.